...setz dich mal an, die sind auch in der Schule, die sind vertragen. Ah, gut, was man für eine Bock, was alles macht. Osteuropäischer Massenverein der Kaninchenzüchter. Schutzverband Russischer KKW-Karten.de. Die Hose-Rutsch. Grünblatte... Grünblatte... Grüne... Grünebliete... Grünblitz. Wir reduzierten so einen Schwachsinn. Hey, das versteht doch kein Pummer. Das habe ich auch ganz... Das nennt sich Leasing? Das habe ich ganz ehrlich erwartet, dass kein Pummer versteht. Deswegen sage ich einfach, unterschreibe diesen Vertrag. Oh Gott, wenn ich nicht so einen Hummer hätte. Ja... Also ich muss hier noch ein Feind eins dazu sagen. Lass mir jetzt die Bock ausgeben. Du hast diesen Vertrag unterschrieben, aber die Anzahlung ist noch nicht da. Auch noch Anzahlen? Natürlich, jedes in diesem Vertragswerk und so weiter und so fort. Oh, die Hose ist noch mal ein... Oh mein Geil! Ja! Das ist ja krass. Und wo hast du denn nun die Wurst? Oh! Oh, die Wurst hat einmal frei! Oh! 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 Oh, die Wurst hat einmal frei! Oh! 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 Ich verstehe mich bei der Anzahlung dieser... Kein Wunder bei Laschet, bei der Laschet! Das war eigentlich der Einsatz des Asylant-Tipps heute Abend. Oh! 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 Oh!